Die Ausgangslage ist für den 1. FC Nürnberg fast perfekt. Zwei Tore zu Hause geschossen, kein Tor kassiert. Der FC Ingolstadt steht vor einer richtig großen Herausforderung, zumal auch spielerisch im Hinspiel nicht viel zusammenlief bei den Schanzern. Man merkte einfach, wie viel Kraft da gelassen wurde. Auch hier in der Anfangsphase wieder deutlich besser, was die Klubberer hier ablieferten. Frei mit der ersten Möglichkeit, Knaller konnte noch parieren. Doch der FC Ingolstadt wusste, in diesen 90 Minuten mindestens müssen sie nochmal alles reinhauen. Alles versuchen, eine gute Drittliga-Saison zu krönen. Aber Unkonzentriertheiten, wie hier bei Krause, sorgten dafür, dass es zu häufig ungefährlich wurde. Der 1. FC Nürnberg spielte das konzentriert und sich herunteragierte. Spielstark, wollten den Treffer erzielen und das gelang in Person von Michael Frey. Und sie wussten, dieser eine Auswärtstreffer, der ist unglaublich viel wert. Denn jetzt brauchte Ingolstadt vier Tore. Ein 3 zu 1 würde eben aufgrund der Auswärtstorregel nicht langen. Frey wird gut angespielt, hat dann viel Platz und trifft zum 0 zu 1. Der FC Ingolstadt versuchte es aber zumindest nochmal im ersten Durchgang. Diese Flanke aber zu weit. Nicht zu erreichen für Elver. Es war aus Ingolstädter Sicht wirklich frustrierend. Sie versuchten es, aber es ging einfach kaum etwas nach vorne. Der 1. FC Nürnberg hatte nach wie vor alles unter Kontrolle. Auch im zweiten Durchgang die Elf von Wiesinger deutlich besser und gefährlicher. Behrends setzt sich hier durch. Wunderbarer Pass zu Ischak. Kein Abseits. 49. Minute 0 zu 2. Und das ist der perfekte Start in einem zweiten Durchgang. Vor allem mit dem Wissen, dass es das wohl mit dem Klassenerhalt gewesen ist. Der steht wohl fest. Fünf Treffer vom FC Ingolstadt gehört ins Reich der Fabel. Frey schickt aber nochmal Nürnberger. Ischak im Doppelpass mit Nürnberger. Der Man of the Match aus dem Hinspiel macht hier das 3 zu 0 64. Minute. Und die Ingolstädter machten sich klar. Es hat einfach nicht gereicht. War es jetzt der Trainerwechsel zu Wiesinger und Mintal oder einfach das Kräfteverhältnis. Nürnberg hatte viel Zeit über eine Woche, um sich hier drauf vorzubereiten auf diese beiden Relegationsspiele. Ingolstadt hatte gerade mal zwei Tage Pause. Aber der 1. FC Nürnberg musste auch erstmal das Ganze so souverän runterspielen. Sie zogen es durch bis zum Ende. Hier nochmal Erras mit dem Versuch, der aber dann über den Kasten hinweg ging. Es blieb beim 0 zu 3 insgesamt schießen die Nürnberger. Fünf Tore, Ingolstadt geht gänzlich leer aus und hat dann die Herausforderung nächstes Jahr in der dritten Liga wieder oben anzugreifen. Und dann vielleicht sogar den direkten Aufstieg zu schaffen.